Willkommen zur letzten Folge dieser kleinen Minis-Vision, aber bei Steam Verdict 2, wir haben eine weitere Hülle, Tohuwa-Bohu-Hang. Das löst sich ja bestimmt auf, oder? Das wäre fast schieb gelaufen. Ich gucke die ganze Seite auch noch links so ein bisschen, ob ich irgendwie was entdecke. Danke. Okay, aber ich glaube das war schon der richtige Gedanke. Luftkerze. Die berühmte Form der Schädels einer Haussäge stürmt eine Aura aus, die an Zerstörung und Vanille erinnert. Der Drang zu zerstören ist ebenfalls ein kreativer Drang. Jetzt hatten wir doch schon 21 oder hatten wir das schon eingelöst, ich weiss das nicht. Ich gehe erstmal so gucken, ob es schon ausreicht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. mensch jetzt lass mich nach oben so 900 dollar nehmen wir gleich den mammutrucksack mehrweg lebenszyklus als rädchenmord gefüttert und bietet viel platz geht immer noch weiter gut gut du kannst durch das wegwerfen von ressourcen ein wenig gesundheit wiederherstellen viele stände stellen mehr gesundheit her als erz aus der glädige gegenwart rettet in zukunft das nehme ich mal nicht ich will die kohle habe ob wir gehen ich gehe noch mal zum abschluss von ganz oben noch mal runter um möglichst viele ressourcen jetzt noch mal einzusacken ich hätte gedacht da waren noch mehr ressourcen offen hmm so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und nämlich bloß dass hier noch so viel ist aber wieso man in der europa hochkommt selbst wenn man es kaputt macht kommt es doch eigentlich immer gleich wieder und 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yay! Das war's für heute. Das holten wir noch kurz runter und dann machen wir auch Schluss für heute. Dann haben wir schon wieder einen neuen Gegnertyp. Weil ich aber nur noch zwei Herzen habe, dann will ich mich auch nicht unbedingt mit diesem Vieh anlegen. Provozieren wir es nicht, wir gehen jetzt nach oben. Verkaufen noch. 1.000 Dollar. Ich würde fast auf die Tasche nochmal sparen wollen. Gut, dann war's das wieder für diese Session. Ich bedanke mich. Bis Döner! Bis zum nächsten Mal.